Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaut habt. Ja, heute ist ein erfreulicher Anlass und zwar wir haben heute den 9.2.2016 und mein Modellbau Kanal wird genau ein Jahr alt, sprich am 9.2.2015 habe ich das erste Video hochgeladen, das war noch so ein bisschen so, ja hier, ich bin neu und hier, das habe ich bis jetzt gemacht und ja, mit der Zeit hat man eine gewisse Professionalität entwickelt, also ich muss sagen, ich habe in diesem einen Jahr YouTube und auch, dass ich meine Modelle mit euch teile, dass ich das Feedback hole, dass ich mir andere Vorschläge immer angucke, wie ihr das macht und das hilft mir sehr und ich habe ja doch in dem Jahr jetzt einen Quantensprung gemacht, wie man auch mit der Erbrache besser arbeitet und das und das und jenes. Ich habe einige neue Leute kennengelernt, es sind viele Bekanntschaften, aber auch, ich würde schon fast sagen, die eine oder andere Freundschaft, mit der man sich so ein bisschen unterhält und das hätte ich so auch nicht gedacht. Ja, hier im Hintergrund seht ihr meinen kleinen Leopard, schön in schwarz und meine kleine Werkbank hier, nicht aufgeräumt. Ja, was kann ich jetzt als Spezial, als Spezial, Abo Spezial, Jubiläum Spezial machen, also ich werde auf jeden Fall euch meine Projekte zeigen, die ich 2015 und 2016, also quasi vom 9.2. bis zum 9.2. ja gebaut habe. Vielleicht habt ihr da auch noch ein bisschen Spaß dran, weil die Masse, die wir das kennen, die meine Videos verfolgt haben, die dem Kanal treu sind, welche die später abonniert haben, vielleicht haben sie sich die alten Videos angeguckt, ich weiß es nicht. Dann zeige ich euch, ja, mein kleines Lager, mein kleines großes Lager und davon wird 2016 definitiv etwas gebaut. Ich denke mal, das erste Modell nach dem Jubiläum wird der Leopard jetzt sein, was fertiggestellt wird und dann kommt auch schon die F-14 Tomcat dran. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verhauen, dass ich dann nicht über das Ziel hinaus schließe, was die Zeit angeht. Ja, was gibt es für abschließende Worte zu sagen? Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal für ein Jahr Treue, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr kommentiert habt, dass ihr abonniert habt. Ja, macht es weiter, guckt weiter Videos, bewertet mich, kritisiert mich, lobt mich, empfiehlt mich weiter und ganz, ganz wichtig ist, habt Spaß an der Sache, habt Spaß am Modellbau, setzt euch nicht unter Druck, es gibt welche, die bauen langsam, es gibt welche, die bauen wie am Fließband, es gibt welche, die sind schon etwas weiter, es gibt welche, die fangen gerade erst an, das sieht dann noch nicht so professionell aus, lasst euch nicht ermutigen. Wir haben alle mal klein angefangen, wir haben alle mit Pinsel und Emaillefarbe angefangen und es sah nicht jedes Modell toll aus. Also ich habe auch genug verrissen, in die Tonne gehauen, lasst euch nicht ermutigen, bleibt euch selber treu und auf ein tolles Jahr 2016 mit euch. Danke, viel Spaß bei den Bildern. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020